Johnny sagt, nice retro Brille, ich schwöre dir Johnny, ne? Ich habe die wieder ausgepackt, die Brille. Und die so angezogen gestern. Und dann habe ich mir gedacht, Bruder, was hast du gemacht, Alter? Also ich habe ja vor einem Jahr ungefähr, kurz bevor ich nach Mexiko gekommen bin, festgestellt, oder kurz bevor ich ausgewandert bin, festgestellt irgendwie, dass ich nicht mehr so geil auf Nähe sehe. Ich habe es vor allen Dingen dann gemerkt, wenn ich ein Bild gepostet habe, oder am Handy war so, habe ich gemerkt, dass das nicht mehr so fresh ist. Ist nicht mehr so scharf, macht auch nicht mehr so viel Spaß irgendwie am Handy und so. Und dann ist mir aufgefallen so, okay, kann sein, dass deine Augen nicht mehr so geil funktionieren. Dann bin ich mal zum Augenarzt gegangen, beziehungsweise zum Optiker, habe da mal messen lassen und dann kam halt raus, dass ich eigentlich eine Brille tragen muss. Scheiße, Alter. Und dann habe ich mir die Brille fertig machen lassen, Gläser und so, Stärke ausgerechnet, bla bla bla. Die Brille gehabt und dann war es für mich aber irgendwie voll schwer, so die Brille zu tragen auch. Weil für mich war das auch voll komisch, dann irgendwie auf einmal was vor den Augen zu haben. Du hast auf einmal halt was vor den Augen, normalerweise ist da nichts. Dann hast du auf einmal was vor den Augen und ich bin eh sehr empfindlicher Mensch in allen Hinsichten. Ich merke, spüre viel direkt Veränderungen und so. Und dann hatte ich auf einmal was vor den Augen und dann dachte ich mir so, das war so komisch. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf und habe dann einfach drauf geschissen, habe ohne Brille weiter gemacht. Ein ganzes Jahr lang habe ich die nicht getragen. Und jetzt habe ich die gestern wieder angezogen, habe so am Handy ein bisschen vor ein Video bearbeitet. Also es läuft auf einmal alles viel besser so. Videos schneiden macht mehr Spaß, Handy-Stories, Bilder posten und so. Keine Ahnung, Digga. Auf einmal wieder alles in HD. Weißt du, was ich meine? Auf einmal wieder alles in High Definition. Und ja, seit gestern trage ich jetzt die Brille durchgehend. Und ich habe gemerkt, auch jetzt heute ist es schon angenehmer geworden mit der Brille. Also es ist einfach auch eine Gewöhnungssache. Deswegen werde ich die Brille jetzt wieder öfter tragen und dann kann man immer nochmal schauen, ob man irgendwann eventuell vielleicht eine Operation machen. Ja, manche fetzen sich Kontaktlinsen rein. Manche machen dies, manche machen das. Kann man dann immer noch schauen. Erstmal will ich mich an die Brille gewöhnen hier, an der Stelle. Weh ich jo. Ja, was? Tufan trägt auch Brille. Er sagt, ich bin kurzsichtig. Ich küsse dein Herz. Reese, lass doch deine Augen lasern. Wollte ich auch machen. Bro hatte auch mit den Augen so ein Problem, aber mit der Zeit hat sich alles selber regeneriert. Brille muss nicht immer sein. Ja, genau so habe ich nämlich auch gedacht, Bro. Deswegen habe ich gesagt, scheiß drauf, ich kriege es selber wieder hin. Aber war halt nicht der Fall. Nach einem Jahr jetzt habe ich die Brille angezogen und habe gemerkt, okay, Digga, du brauchst die. Also wenn du wirklich richtig alles sehen willst und wenn du ein klares Bild haben möchtest, dann musst du auf jeden Fall was anziehen dafür. Mal gucken, wie sich das mit den Jahren entwickelt. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen trainieren. Man kann ein paar Übungen machen und so. Aber ja, der Tufan sagt gerade, war Donnerstag beim Augenarzt. Die haben Hornhaut-Scan gemacht. 50 Euro musste ich zahlen. Und dann? Was ist da rausgekommen dann? Trage Brille nur beim Autofahren und war letztens beim Optiker. Augen sind sogar besser geworden. Hahaha. Ja, siehst du? Man kann das bestimmt auch ein bisschen trainieren. Denke ich mir auch. Aber für mich war es auf jeden Fall erstmal geil, dass man überhaupt wieder was sieht. Dass man wieder so ein klares Bild vor Augen hat. Halil sagt, ja, gute Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Karottensaft ist sehr gut für die Augen. Ja. Ja, ich glaube, da kommt auch viel von in. Aber ich glaube auch, dass irgendwann vielleicht auch Abnutzungserscheinungen da sind. Und ich glaube schon, dass du im Alter eventuell an manchen Stellen einfach ein bisschen schwächelst. Weißt du, was ich meine? Man wird halt nicht jünger, ne? Krass, Tufan, Alter. Tufan sagt gerade, mit diesem Scan, mit diesem Hornhaut-Scan, können die gucken, ob sich die Haut löst. Und ob man Löcher hat und so. Echt krass. Man hat jede Arterie gesehen und sogar das Ende des Auges, was ins Hirn geht. Das ist heftig, Bro. Das ist krass. Einfach ins Hirn reingehen, na, Mann. Alter fragt gerade, wie viel Proteinshakes trinkst du am Tag? Gerade gar keinen. Ich trinke gerade gar keinen Protein. Wer von euch ist denn am Fasten eigentlich? Eins in den Chat, wer am Fasten ist. Here and it out, man. Wie ich, Jutufan. Geil. Here and it out, man. Tufan ist nicht am Fasten. Zwei. Brown ist am Fasten. Zwei, drei Leute sind am Fasten. Antachemel ist am Fasten. Wie verstehst du Fasten genau? Joa, es gibt ja verschiedene Arten von Fasten, ne? Gibt ja verschiedene Arten von Fasten. Jetzt gerade ist halt Ramadan. Also das muslimische Fasten. Ich bin auch zum Beispiel, ich bin ja kein Moslem so, aber ich habe letztes Jahr, letztes Jahr habe ich zum ersten Mal probiert so mitzumachen und also es war schon bei mir, ich war schon immer fasziniert in dem Glauben, Islam an sich, aber auch in dieser Thematik Fasten. Also alle spirituellen Geschichten, die zu dem Glauben dazugehören, haben mich schon immer, weil ich bin halt ein relativ spiritueller Typ, der sich auch für Spiritualität interessiert und diese spirituellen Sachen im Islam haben mich auch immer krass interessiert einfach. So, dass ich dann letztes Jahr das erste Mal auf die Gedanken gekommen bin, einfach mal so zu versuchen mitzumachen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt in Mexiko gewesen und habe es aber auch da nur, also ich habe was für mich am allerallerwichtigsten war, weil ich halt da auch viel Haram gemacht habe, sage ich mal so, also viel, viel, ja, Frauen, Alkohol, Drogen, Party, diese ganzen Geschichten und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss irgendwas tun, damit ich das wieder, also damit ich wieder ein bisschen mehr klarkomme und dann kam halt dieses Ramadan um die Ecke und Bardo hat mir dann gesagt, so Bro, jetzt ist Fasten wieder und so. Ich habe gesagt, okay, krass und dann habe ich gesagt, okay, komm, guck mal, dass du wenigstens irgendwie, also wenn du es vielleicht nicht schaffst, zum Beispiel das ganze Fasten so zu machen, wie die Moslems das machen, guck mal, dass du wenigstens irgendwie daran partizipierst oder teilnimmst, so, weil irgendwie, keine Ahnung, habe ich halt immer mich dafür interessiert und auch gemerkt, dass es was Gutes sein kann für jemanden, so, weißt du, und dann habe ich einfach mal so den ersten Tag auch nichts getrunken, nichts gegessen, keinen Frauen hinterher geguckt, nicht beschimpft, keine negativen Sachen gemacht, mich auf mich konzentriert, auf mein Bewusstsein, auf meine Gedanken und versucht halt positiv zu sein, nicht so aus der Ruhe zu geraten, weil ich habe schon direkt nach dem ersten Tag gemerkt, so, wie ich auch aufbrausender geworden bin in Stresssituationen, weil ich einfach mit den Situationen dann überfordert war, weil ich nicht die Power und die Kraft hatte, so. Da habe ich aber dann auch nur drei, vier Tage geschafft mit dem Ohne-Trinken, das ist halt bei mir so ein Thema, das mit dem Trinken, vor allen Dingen, wenn du halt, ich bin halt ins Gym gegangen noch regelmäßig, habe jeden Tag gestreamt und so meine Videos gemacht und irgendwie mit dem Nicht-Trinken habe ich fast am Ende gar nichts mehr, ähm, habe ich am Ende gar nichts mehr richtig auf die Kette gekriegt, so. Und deswegen habe ich dann angefangen, so den ein oder anderen Tee und den ein oder anderen Schluck Wasser am Tag zu mir zu nehmen und habe es dann aber trotzdem den ganzen Monat durchgezogen und habe gemerkt, wie das mir auf jeden Fall eine richtig schöne, nice Energie gegeben hat, so. Einfach mich auf die, ja, ich weiß nicht, ich bin insgesamt viel ruhiger gewesen, so, gelassener, mehr in der Mitte und bewusster halt auch in jeglicher Art von Konsum. Egal, ob es irgendwie im Fernsehen, Serien, auch so rausgehen, dann draußen Frauen angucken, hinterher gucken, flirten und so, diese ganzen Sachen, ich habe das alles mal weggelassen, so, weißt du, und, ähm, das ist schon sehr positiv, deswegen hat es mich auch jetzt dieses Jahr, gestern habe ich eine Story gesehen von einem Kumpel, fast nach dem Morgen, ich denke so, okay, krass, ähm, und, äh, ja, dann habe ich mir wieder gesagt, so, komm, guck mal, dass du wieder auf eine Art und Weise partizipierst. Ich habe ja die ganze Zeit schon mir keine Pornos mehr reingezogen und, ähm, auch eine Woche jetzt, die letzten sieben Tage nicht masturbiert und das werde ich jetzt auch den ganzen Monat durchziehen und wieder jetzt daran irgendwie teilnehmen, weißt du, was ich meine so? einfach, ähm, auch wieder gedankenbewusst kontrollieren, nicht zu viel Haram, keine Partys, keine Alkohol, keine Drogen, aber bei mir, ich mache mir halt, ich gebe mir halt, ich mache halt die Ausnahme, dass ich ab und zu Schluck Tee, Schluck Wasser trinke, so, am Tag, weißt du? Ja, wieso muss man erst fasten, um ein normaler Mensch zu werden, sagt einer, das musst du die Menschen fragen, weißt du, also ich glaube schon, aber das, ähm, also das war wahrscheinlich sarkastisch gemeint, so ein bisschen trollig gemeint, so, ähm, ich, äh, äh, sage dir ehrlich, ich bin davon überzeugt, dass wenn du mal den ganzen Tag nichts isst, was ja in unserer Welt normal ist, dass wir jeden Tag, dann und wann wir essen wollen, können wir auch essen, dass das auf jeden Fall, nicht nur das, aber der Fakt alleine schon, was mit dir macht, auch spirituell, weißt du so? Also, fand ich jetzt nicht so witzig, dieses, warum muss man erst fasten, um ein normaler Mensch zu werden, weil ich glaube schon, dass das halt drüber hinausgeht, und was ist schon normal, weißt du, also wer entscheidet schon, was normal ist und was nicht normal ist, so, also die meisten Menschen, die ich kenne, konsumieren nicht bewusst, 99% von den Leuten oder 90% von den Leuten, die ich kenne, die konsumieren nicht bewusst in jeglicher Hinsicht, ob es das ist, was sie sich reinziehen, ob es das ist, also medienmäßig, fernsehnmäßig durch die Augen sich reinziehen, was die sich essenmäßig reinziehen, die meisten Menschen haben keinen richtigen Zugang zu sich selber, und das kann man halt als Tool nutzen, um da wieder ein bisschen bewusster zu werden, weißt du so? Die meisten sind leider nicht bewusst, leider. Und das ist halt ein gutes Tool, das ist ein gutes Tool, finde ich persönlich. Das ist halt nur meine Einschätzung, ich bin ja jetzt kein Gelehrter, ich bin kein Moslem auch, weißt du, wie ich meine, ich kann nur von den Gefühlen und den Ereignissen und Dingen berichten, die ich halt durchmache, getestet habe und so, weißt du? Der Anas sagt großen Respekt an dich, Bro, mit dem Fasten, ich finde es sehr schön zu sehen, was das wahrhaftige Fasten bedeutet, der Verzicht auf alles, was schlecht ist und nicht nur das Essen, wie die Leute das denken, LG aus Österreich, ich küsse dein Herz, Bro. Und ich denke, also ich bin auch fast, also das macht auch noch mehr mit Leuten, glaube ich, weißt du? Wenn man auch wirklich bewusst versucht, auf Dinge zu verzichten, weißt du? Genussmäßig.